Hallo, heute geht es um Social Media Sucht. Wie im Video zu den Grundinfos zum Thema Mediensucht angekündigt, will ich mich jetzt hier ein bisschen mit Social Media und Social Mediasucht auseinandersetzen. Wir haben ja gerade etwas zum Thema Mediensucht gehört. Damit dieses Video aber auch unabhängig vom anderen Video funktioniert, gibt es jetzt einfach noch mal zwei Minuten dazu. Außerdem noch eine kleine Erweiterung. Wenn man nach Mediensucht sucht, dann gibt es verschiedene tolle Suchergebnisse. Nämlich sowas wie Mediensucht, was steckt dahinter? Mediensucht, zehn Fragen, jedes Jahr erkranken 20.000 Kinder, Ärztezeitung von 2017, Therapie bei Mediensucht, Mediensucht bei Jugendlichen, wenn nichts mehr ohne online geht. Man merkt also schon, Mediensucht ist ziemlich negativ besetzt. Allerdings muss man anmerken, dass Mediensucht natürlich ein normativer Begriff ist. Das heißt, anders als deskriptive Ansätze liefern normative Prozesse keine möglichst wertfreien Beschreibungen, sondern eine Bewertung. Sie sagen also nicht, wie etwas ist, sondern wie etwas sein soll oder eben nicht sein soll. Wie etwas sein soll oder nicht sein soll, hängt natürlich von kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren ab. Gerade bei Medien und Mediensucht wird bei uns zum Beispiel viel diskutiert, wie ist das denn mit professionellen E-Sportlern, die ja auch sehr viel Zeit damit verbringen, die sich gedanklich die ganze Zeit damit beschäftigen. Sind die denn jetzt Mediensüchtig oder sind sie das nicht? Im ICD-11, das 2022 dann erst richtig in Kraft tritt, dort wird Gaming Disorder, also Computerspielsucht definiert und eben auch kodiert und aufgenommen und dort steht drin, dass für mindestens ein Jahr lang Folgendes vorliegen muss. Ein Kontrollverlust über das Spielverhalten, damit ist beispielsweise gemeint, dass Personen nicht aufhören zu spielen, selbst wenn sie zu einem wichtigen Termin müssen oder dass sie in Kontexten spielen, in denen es völlig unangemessen ist. Dann das Vorrang von Spielen gegenüber anderen Interessen. Hierbei geht es auch um sozialen Rückzug und Abschottung von anderen Personen und Aktivitäten. Eskalation des Spielverhaltens trotz negativer Konsequenzen. Das heißt, Personen spielen weiter oder sogar mehr, auch wenn es dadurch zu Problemen in einem oder mehreren Lebensbereichen kommt. Etwa bei der Arbeit, in der Schule, mit der Familie oder mit Freunden. Oder gerade auch, wenn das Spielen zu persönlichem Leidensdruck führt. Das alles gilt allerdings eben nur für Spiele, nicht für Social Media. Was wir uns jetzt für Social Media mal anschauen, sind ein paar Studien, also zwei, die Kriterien, die dort angelegt wurden, um dann eben Social Media Sucht zu diagnostizieren, herauszukriegen, zu screenen und dann eben auch, was das Ganze für Folgen hat. Also, Studien. Und zwar möchte ich mich mit der Blickstudie 2017 genauer beschäftigen und mit der DAK Gesundheitsstudie von 2018. Die Ergebnisse in aller Kürze, Blickstudie, erhöhter Medienkonsum führt zu erhöhtem Body Mass Index, Entwicklungsauffälligkeiten, Hyperaktivität, Sprachentwicklungsstörungen, Konzentrationsproblemen. Und bei den Jugendlichen haben wir 13,1 Prozent mit problematischem Internetkonsum und 3,7 mit pathologischen und oder suchtartigen Nutzung. In der DAK Gesundheitsstudie haben sie gesagt, 2,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind süchtig und die intensive Nutzung führt zu Problemen wie Depression, zu wenig Schlaf, Realitätsflucht oder Streit mit Eltern. In der Erhebungsmethode, die Blickdatenerhebung fand im Rahmen der Früherkennungsuntersuchung statt mit eben 2,632 Jungs und 2,451 Mädchen. Dort wurden die Eltern befragt und bei den 12 bis 14 Jährigen auch die Jugendlichen selbst. Die AK in Gesundheit, die haben gut 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 telefonisch befragt und haben eben die Social Media Disorder Scale angelegt als Instrument. Was interessant ist, dass die Blickstudie zu dem Ergebnis kommt, jedoch kann basierend auf den bisherigen Analysen keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit die beobachteten Entwicklungsauffälligkeiten durch eine erhöhte Nutzung speziell der elektronischen Medien bedingt sind oder inwieweit bei entsprechend bestehenden Entwicklungsstörungen, insbesondere elektronische Medien verstärkt in Anspruch genommen werden. Also wir haben die Henne-Ei-Problematik. Das hat man allerdings nur in der Studie selbst gelesen, in den Pressemeldungen war davon nie die Rede. Was allerdings als Einflussfaktoren so ein bisschen außen vor gelassen würde und darauf werde ich jetzt gleich in den Fragen noch näher eingehen, die den Jugendlichen gestellt worden sind. Das sind normative Werte, Erziehungsmethoden, soziale Aspekte und eben auch die Unterscheidung zwischen Games und Social Media. Games in dem Fall im Sinne von Offline-Games, die ich so alleine spiele, Singleplayer-Games. Und zwar, von den Fragen, die gestellt wurden, haben wir, hast du im vergangenen Jahr oft soziale Medien genutzt, um nicht an unangenehme Dinge denken zu müssen? Eigentlich ist das ein Zeichen für Medienkompetenz. Wenn wir uns die affektive Dimension von Medienkompetenz angucken, dann kann ich nämlich Medien zur Stimmungsregulierung einsetzen und das zu können ist eigentlich ein Zeichen für Kompetenz und nicht für fehlende Kompetenz. Hast du im vergangenen Jahr oft heimlich soziale Medien genutzt? Diese Frage finde ich besonders schwierig und besonders kritikwürdig, denn wie oft ich heimlich soziale Medien nutze, ist natürlich abhängig vom Erziehungsstil. Wenn es mir erlaubt ist, immer soziale Medien zu nutzen, habe ich überhaupt keine Chance, sie heimlich zu nutzen. Wenn ich sie nie nutzen darf, dann nutze ich sie wahrscheinlich häufiger. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich oft? Es ist oft zweimal am Tag, fünfmal am Tag, zweimal in der Woche. Also hier sind wir in sehr schwammigen Begriffen unterwegs. Und die Nutzung sozialer Medien nicht stoppen können, während andere sagten, dass du das wirklich tun müsstest. Auch hier haben wir wieder die Frage mit, wer sind diese anderen? Wie sieht die Situation genau aus? Eine höchst normative Frage, die mit Erziehungsstil und Peer Group zu tun hat. Das heißt, die Kommunikation mit Freunden findet ja über Social Media statt. Ich spreche gerade mit meiner neuesten, besten Freundin über WhatsApp und ihr geht es total scheiße. Und meine Eltern kommen dazu und sagen, hey, jetzt hör doch mal auf, es gibt Essen. Und ich sage, ja, aber ich habe hier gerade etwas Wichtiges mit meiner Freundin. Dann gibt das natürlich Stress. Die Frage ist, ist das ein Zeichen von Sucht oder ist das ein Zeichen von sozialer Kompetenz? Oder wie sollte man denn damit umgehen? Konntest du regelmäßig an nichts anderes denken, als an den Moment, an dem du wieder soziale Medien nutzen kannst? Hier ist ebenfalls die Frage, an was genau denke ich denn? Wenn ich jugendlich bin und zum Beispiel frisch verknallt bin, dann kann ich natürlich an nichts anderes denken, als an die nächste Nachricht meines Liebsten. Und auch das würde ich jetzt nicht als Sucht bezeichnen, zumindest nicht als Social Media Sucht. Regelmäßig Streit mit anderen gehabt durch die Nutzung sozialer Medien. Also auch hier wieder Streit, weil man Social Media nutzt, Streit während der Nutzung mit anderen, also Streit in Social Media. All das ist da eigentlich auch normal und das auch die Frage, was ist denn jetzt regelmäßig? Jeden ersten im Monat wäre auch regelmäßig. Und ernsthafte Probleme mit Eltern, Brüdern oder Schwestern oder Freunden gehabt durch die Nutzung sozialer Medien? Mehr oder weniger die gleiche Frage hängt auch wieder von Erziehungsstil, Freundeskreis ab, von WhatsApp, Stress, Instagram, TikTok. Also da gibt es eigentlich ständig irgendwelchen Stress damit, wegen der Nutzung, durch die Nutzung. Auch das ist jetzt noch nicht zwingend ein Suchtmerkmal. Wenn ich jetzt so kritisch an diese Fragen herangehe, dann wird mir ab und an mal gesagt, aber vor schädlichen Folgen von Social Media warnen ist doch gut. Prinzipiell sage ich, naja, kommt drauf an, wie man es macht. Es ist nicht so, dass das alles völlig eitel Sonnenschein ist und keine pädagogische Intervention möglich, nötig ist und dass da einfach alles man so lassen sollte, wie es ist. Aber wir haben ein Problem. Wir haben häufig, wenn es dann eben so dargestellt wird, als wäre Social Media der Teufel und als wären alle Kinder und Jugendlichen süchtig, eher eine Verstärkung des Problems. Denn dadurch sind Eltern sensibler, können es häufig nicht richtig einschätzen, meckern sehr schnell, streiten sich mit den Kindern, die Kinder ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück in digitale Medien und dann haben wir eigentlich eher eine Verstärkung des Problems. Wichtig ist, dass man das Ganze eben auch anerkennt als Hobby zum Beispiel oder als Teil der Lebenswelt und tatsächlich schaut, wann ist es denn ein Problem. Und wann ist es gerade eine Phase, die man vielleicht hat. Das heißt, hier wieder der Hinweis auf, wenn ich es wirklich wissen will, brauche ich eine Diagnose. Beim Fachverband Medienabhängigkeit findet man ein paar Beispiele, wie so eine Diagnose gestellt wird. Das sind natürlich keine Instrumente für den Hausgebrauch, sondern eben Diagnoseinstrumente. Dann gibt es natürlich immer noch das schöne Argument mit dem Gehirn und der Veränderung des Gehirns. Und was man ganz häufig in Studien liest, ist eine Veränderung der grauen Substanz durch Mediennutzung. Hier sind wir jetzt wieder bei Computerspielen, denn auch dafür ist es relativ gut erforscht, aber wir werden es gleich mal sehen, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Es gibt Studien, die sagen, die graue Substanz nimmt ab. Es ist schwer zu sagen, ob eine Volumenänderung der grauen Substanz an sich gut oder schlecht ist, sagen allerdings einige Experten. Wenn wir uns die Studie der Uni Ulm anschauen, unter Professor Christian Montag zum Beispiel, hat er eine Studie gemacht mit bereits eine Stunde täglichen Spielen des beliebten Online-Spiels Word of Warcraft, führt zu einer Abnahme des Hirnvolumens im orbitofrontalen Kortex mit negativen Auswirkungen auf Emotionsregulation und Entscheidungsfindung. Und das schon nach sechs Wochen. Das Max-Planck-Institut hat festgestellt, Videospielen vergrößert Hirnbereiche, die für räumliche Orientierung, Gedächtnisbildung, strategisches Denken sowie Feinmotorik bedeutsam sind. Hier haben Leute 30 Minuten Super Mario 64 gespielt über zwei Monate hinweg. Gut, im Prinzip stimme ich diesem Artikel hier von 2017 zu. Die Computerspiele könnten die Gedächtnisbildung beeinflussen. Und zwar kann eben das Spielen von First-Person-Shootern zum Beispiel die graue Substanz schmälern oder vergrößern, je nach Spielertyp. 3D-Jump-in-One-Spiele sind aber für beide Spielertypen förderlich. Das heißt, es hängt vom Lernverhalten ab von den einzelnen Personen, wie sich solche Shooter zum Beispiel auf das Gehirn auswirken. Und man kann es eben nicht pauschalisiert sagen. Was heißt das jetzt? Im Endeffekt sollte man das ganze Thema nicht verharmlosen, aber bitte auch keine Panik verbreiten und Diagnosen Experten überlassen. Und nicht selber eine Diagnose stellen, sondern wenn man sieht, das könnte ein Problem sein. Es gibt tatsächlich aggressives Verhalten. Es gibt eine Veränderung von dem, was Kinder und Jugendliche tun. Wenn das Spielen oder die Nutzung von Social Media nimmt einen sehr, sehr großen Teil der Freizeitbeschäftigung ein und es passiert nichts anderes mehr, dann erstmal nachzufragen, was machst du da? Wenn man gerade frisch verliebt ist, wie gesagt, es ist eine Sondersituation. Wenn man vielleicht auch ein neues Spiel hat, bis man es durchgespielt hat, ist es eine Sondersituation. Wenn man dann aber feststellt, es gibt eigentlich nur noch diese Sondersituationen, dann sollte man aktiv werden und sich dann auch externe Hilfe holen und nicht anfangen mit den Kindern und Jugendlichen zu streiten darüber. Soweit das geht, ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, aber gut wäre es tatsächlich in den Dialog zu gehen und im Zweifel dann Experten hinzuzuziehen und eben nicht in Panik zu verfallen. Bis zum nächsten Mal.